Komm bei Let's Play Tales of Grace F. Wir machen uns auf in die Höhle, um den feindlichen Soldaten in den Rücken zu fallen. So, wenn wir gerade dabei sind, noch ein bisschen Informationen zu dem Schwertkampf. Warum kämpfe ich nicht die ganze Zeit immer mit gezogenem Schwert, sondern stecke es immer wieder zurück? Das liegt an folgenden. Wenn ich das Schwert gezogen habe, kommen wir in den sogenannten Standhaftigkeitsmodus. Das hat den Vorteil, dass ich stärkere Angriffe, spezielle Angriffe machen kann. Allerdings kann ich nur eine bestimmte Anzahl von Treffern hinnehmen. Das heißt, wenn ich diese Treffer kassiert habe, bin ich hinüber. Deshalb muss ich das Schwert wegstecken. Wenn die Schwerter weggesteckt werden, wird diese Zahl wieder zurückgesetzt und ich kann es wieder öffnen. Gleichzeitig, wenn ich es zurückstecke, wird meine KP, also meine Lebenspunkte, wieder regeneriert. Und ich kann mich immer wieder hochhalten. Deshalb ist es eigentlich gerade immer ein kleiner Wechsel von Schwert ziehen, Schwert wegstecken und die Angriffe so und so machen. Und wenn man das gut optimiert, ich sage nicht, dass ich das besonders gut kann, aber dann könnte man wirklich effizient kämpfen. Also, wenn ich die Angriffe mache, dann kann ich die Angriffe machen. I didn't think we'd actually have to swim through this place. I'm all wet. Are you cold? If it's too much, take Sophie and head back to Launt. Don't worry about me. I'm the one who asked to come, remember? Or were you just thinking that maybe I'm in the way? I don't know. Do you even really want me here? If not, you should just say so. No, I didn't say that. I'm actually really happy you're here. I just don't want to push you too hard. I couldn't stand it if something happened to either of you. Sharia, you were wet too. I'm gonna wring out my clothes, so turn around. Oh, right. Shut up. You know, there may be other points in this cave where we have to swim underwater to keep moving forward. Okay. Let's make sure we don't miss anything. We'll move slowly and carefully. You okay, Sophie? And Sharia, you should be careful not to catch a cold as well. Hey, don't stare at me like that when I'm all drenched. Sorry. Willkommen by Tales of Wet T-Shirt Contest. Game on. All this moving juggling. Stretch! Okay. Not yet. No. Okay. Fall! Thank you for the room. Give me your best. Let me be careful. Try it. Nice. You're not going to let me go. Take it. Go! Ready? Mine! Strike! Streets of Mudank! In the middle of the lane! I'm moving to your radio! First 66! Yeah! Attack! Attack! Got you! Fall! No one can stand before my blade! Be careful, everyone! We won't fail! I don't know if I can do this. I don't know if I can do this. I don't know if I can do this. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Okay, ein leuchtender Baum ist das letzte, mit dem ich hier in den Höhlen gerechnet hätte, aber mal gucken, da müsste es garantiert irgendwas Besonderes geben, so ein Dialog oder so, wenn sowas Besonderes hier auftaucht. Look, eine Colony of Glintsoulbugs. Ich habe sie in einem von Hubert's Bücher einmal. Das reminds mich an, wenn du immer in unsere Haus gehst. Du wahrscheinlich nicht wissen das, Asbel, aber wenn wir das tun haben, Grandpa und Lady Carrie würden mich zu Ende schäuern. Sie haben? Aber Lord Aston immer kam in meine Befassung. Er war immer nach mir vor. Mein Vater hat das gemacht? Wirklich? Das ist warum ich so schade, wenn ich ihn... er... 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 Sheria. 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 Huh? What the hell? Okay, let's do this! Das war's für heute. Das war's für heute. Okay, fall! 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 Okay, fall!